Viele Menschen sind an der Seele erkrankt. Sie igeln sich ein, sind mit sich ganz alleine und möchten doch so gerne mit anderen zusammen sein. Sie verzweifeln in ihrer Einsamkeit und sehen keinen Weg, der sie wieder ins Leben führt. Alles um sie herum wird immer dunkler. Für diese Menschen zünde ich heute eine Kerze an. Gott, unser Vater, ich bitte dich, sei bei ihnen in dieser Zeit. Eine Zeit, die diese Menschen noch tiefer in ihre Einsamkeit, in ihr Inneres, in ihre Ängste verbannt. Ermutige sie und zeige ihnen mit deiner unendlichen Liebe und Geduld einen Weg aus der Dunkelheit heraus. Schenke ihnen die Kraft, sich wieder aufzurichten, einen guten Weg zu erkennen und das Leben mit allen Höhen und mit allen Tiefen zu genießen. Amen.